hier leute da sind wir wieder ich bin auch da ich habe mich nicht viel bewegt dann komm mal hier in der kann man inventar und dann es gibt keine ausrede dann fangen wir an dings zu bauen ja unser weg das erst mal in den bonn zur front der tür zu mal eben das meine ich ich will hier hast du glauben dass ich aber auch scheiße aus alles ist ja wir haben 120 102 knochen weiß nicht einmal einstecken messer werfen dann haben wir ziemlich hier dann haben wir sechs knochenmehl hast du gesehen wie viel wasser da schon wieder drüber läuft ja das ganze ding hat wieder voll mit wasser werden alle gute turm nicht so hoch ist neu naja müssen wir auch mal dann bauen an unserem team die erste war schon ganz unten ach so die linke ist die und rechts die recht ist die neue ja wo sie arbeiten ist die neue markt alles manchmal kann ich echt denken ist kann okay lassen wir uns zu den bauern hat dann ist ja wir haben ja wenn sie geklaut ein tp dann nicht die ganzen mecker so jetzt nehme ich ja erst einmal doch ja hier ist noch mehr mit das soll erst mal reichen wirklich das brauche ich das auch nicht das braucht natürlich auch nicht ich habe ein steck ja 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 alle können die wollen ja theoretisch auch künstlich bauen ja komm es war erstmal hier und wenn es klappt dann wir sollten auch noch eine schere holen damit will janen abbauen können ich mache mal eine schüttel er wird zwei ja sonst keiner macht mag ich mach das ja nicht ja nur dass ich das jede folge macht ja das wenn es der farmer die lande aufgabe das wird es halt für ich bin halt für die unterhaltung zuständigen das ist ein bisschen niveau in die sache reinkommt kommen wir hier den ersten baum hin oder alle haben wir viele hühner was schnauer ich habe blätter geschreddert das ist doch deine leiter als er weißt du schon ein unterirdischen raum da ja der wird nicht mehr benutzt er wird zugeschüttet welchen tief hast du gemacht alter jetzt schütten wir einmal aber drüber die ich hier in der reichst er hat man für schlachten warte ist weil sie unser geheimen Ding kommt also gut ich will es sehen deswegen haben wir ja Projekt werden wir aber nicht auf echte Blitz schütte gründer Moritz aber 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 Mama aber mama wusste tag zum tag gehen alter es sagt jetzt muss ich dann ganz schön dass du kommst zum was nutzen eingeschränkt datennutzungswarnung an weiter bestimmt oder was ja ich habe mich über ein gigabyte heute beim handy machen wir mal das wlan heute ja ach so du hast mein handy ohne wlan aber man ist behindert ich habe es nicht immer an der heims weder nein und dämlich foto du bist dämlich nein es ist nämlich mit mobilen daten im haus zu setzen müssen ja wenn man genug hat ist egal der monatlich gleich lang ist der land wie gleich aber wlan ist schneller hallo soll das machst du überhaupt nicht mehr kann nur lianen wieso die wachsen dort auch nicht ja die müssen die aber da erst mal an pflanzen damit die da wachsen wer standardmäßig wachsen die nicht immer da ja nicht immer und ich will sie auch dann kann man dann so einen kleinen parkour machen dass man da hinklärern muss und das so ein bisschen zugewachsen ist der eingang schaut kannst jetzt nämlich den eingang mit lianen zu wachsen lassen also hier so schau fang du mal mit den bäumen an und ich meine ganzen meyer tempel so ein bisschen mit lianen zu wachsen lassen das war wieder egal ist da das weiß ich wollte eigentlich aber naja die aufladen wieder da geht es über knochenmähe das mache ich lieber außerhalb der aufnahme es britt drauf alter oder nicht ich glaube nicht ich gehe mal in 25 aber ich kann glaube ich gar nicht runter wachsen an den diskonien gedrückt und dann ging es aber das ist ja bei dem datennutzungszähler sind ja die mobilen daten nicht das sind ja auch die wlan daten mit eingerechnet ja dies kann aber einstellen recht ja ob die damit eingerechnet sind oder nicht interessiert man ich brauche nicht ich kriege ich krieg selten voll also internet weg die gigabyte wie viel gigabyte einer hast du frei oder hast ja komm ich komme mit 150 glaube ich habe ich und ich komme damit aber klar hast du uns schon wieder ausgemacht so bist du wie gehen wir haben und gerade merkt noch mehr hatte hier ein steck zwei steck und ich muss weg sonst haben wir es wieder ein so heißt es reicht erstmal glaube ich kann endlich mal wieder was schaffen also ich kann mal gucken was ich zwei lappen gemacht haben das sind nicht die bäume die wir brauchen ja dann holst doch den hier mal ab ja wenn der axel jetzt noch der thema mord drauf ne aber ihr habt den schön echt aber ihr habt ihn echt schön gemachten meyer temblatt gefällt mir die frage ist ist auch der electric store funktioniert da der thema mord ich denke nicht doch denk schon ich denke nicht ja das habt ihr echt geil gebraucht also einmal muss ich euch loben für kreatives bauen noch mal gucken ob eine iron ax für den baum reicht wo es seid ihr was für ein truppenholz baum du musst einmal bauen und dann ist er weg ja eben aber ob die reicht oder ob die nicht vorher kaputt geht sie geht vorher kaputt kommt immer auf den baum und wenn er ja ähnlichen rüber baum nehmen soll ich so locker fort ja aber es ist ja keine warum ich immer ein truppenholz bei mir das eigentlich ist jetzt legt mich verarschen und griechen ein lappen bist darum der von hier ist es richtig vom weiter weg ist richtig cool also in der brennt und alles ich habe jetzt schon gut und ganz kurz ablängst doch das sind die richtigen was auch ich habe längst benutzt oder richtigen baum setz links geiler scheiß gemacht hat ja das müssen noch andere baum raus ganz normal was die du musst ihm vierer anordnen denke ich ja echt ja ich habe die stemmen rausbekommen aus dem decken baum jetzt hat er ich baue die male ab das machen nächste folge dann baue ich nächste folge auch die energieleitungen hier überall und du kannst verstehen dass man auf der vierte das wird auf jeden fall noch jahren aber ich habe schon ein bisschen dass wir den kontrolliert vierer machen ich weiß jetzt nicht was sie machen soll eigentlich so wir eschen jungs was meint ihr was würde ich jetzt mal ich kaufte mal was jeder hat gar nichts ich gar nichts da muss ja ich glaube ein stack bauen mail ist abnormal überlegen wie groß die bäume sind ich habe einen kompletten stack wollen wir jetzt drauf gehauen das ist nicht normal foto tics einfach jetzt so ein erz ritz und lampe was brauchen wir die wir zum lampe close stone super also doch künstlich bauen markas oder die mal in den netter und frauen kloster und warum wird es dann zu ein baum ich texte nicht schwul es gibt mal mal den baum da weg meine achse schon fast kaputt ich habe zwei bäume abgebaut er gibt er musste ein ding abbauen ein holzberg und dann ist er mit baum weg ja ich weiß aber es macht trotzdem an der achse wie schaden dass ab dem baum abbauen würde meine achse ist rot ich habe zwei bäume ja interessiert jetzt siehst du den lebensbalken quasi nicht mehr interessiert immer noch kann reich doch zwei schäger und drei warum gehen die bäume dann nicht ich hoffe man sich hier kann ich sagen sonst bin ich am arsch ach so jetzt sind die richtigen aber müsste doch eigentlich voll groß werden ich check es auch nicht so gerade mir scheiße naja wir können ja auch neu in den leben lieber ich bin so machen hatte von mir ich bin mir von mir mit der katze ist nämlich eingang tot mit der matze so jetzt schau ich mal kugel tropen äh zombie pigments werden nicht sau wenn ich den kloch in der bau oder äh ich weiß was das problem man macht jetzt glaube ich nö wäre sie nicht sau gott sei dank ihr seid das problem das ist das problem ich weiß ich sollte mal den ort merken ja mark ist da ich hab das problem gefunden ja ja muss den platz markieren wir waren nur zu nah an dem dirtwall da und deswegen wenn die blätter in die blätter von den bäumen hier reingegangen ist dann geht es nicht wohl rastisch gut also nur ein oder war nene es war schon vier so es wird der gar so also davon ist zu nah an dem arkt als letztes kassi in die mitte die mal lieber hierhin so jetzt dann machen wir es war nicht wie jetzt und dann geht es aber die fangen feuer so wie viel abstand muss das haben damit vorher nicht überspringt drei vier blöcke noch mal so reicht es probiert aus es ist ja gleich ob das ding brennt oder soja wenn der wald hier weg ist dann dann war es nicht weit genug dafür irgendwie ja hier steckt ein der baum ist in den tower reingewachsen das sieht irgendwie geil aus so wie tot zombie eliminiert kannst du hier rüber kommen hier sind ganz viele zombie pigments ich habe keine menschen wollen wir nichts wissen schweine mit diskriminiert spiel die schweine menschen ich bin ja auch nichts dafür dass er schweine menschen sind und doch markus die lianen wachsen runter und sie verbrennen auch nicht das war ja eine quasi ohne leben schmeiß runde die scheiße ja ich bin nur hier kann sicherheitsverkehr machen da ja das kann eben kann man nicht sehen ist nicht rot oder so ich sage es ist quasi weg hörst du was wenn man was sagt oder bist du einfach nur kohlen auf die ganze zeit so jetzt ist es da und oder was ja ich wollte meine queen saffier exis besser macht die lieber saffier extert ja ja ist dann aus dem jahr mal ein nuk saffier er benutzen hier ist immer so ein werkzeugmaterial aber ja ganz grünen saffier ex wir brauchen also ich habe jetzt mal post text kloster und kloster 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 macht dass ich bin viel cooler hast du deine mutter ja näher deine mutter ich habe eine blusa vier ex alter okay premium und weg geht es jetzt wenn ich jetzt hier da wieder ein baum hinsatz ich glaube nicht ne meinte es geht also vor da ist zum beispiel nicht also wenn ich es jetzt hier probieren wenn es das geht wir haben noch den kloster es geht nicht gut dann müssen wir hier wahrscheinlich einzelne das zeug daraus ist kaputt wir können nicht mal kleine setzen da was in elektrum in gott das ist ein platz also jetzt einzelnen grüne wolle nein das wäre wenn du mal zeit hast ja mal die turtle los dahin sei denn die turtle rennen nein dann mache ich das nicht weil turtle gänge nachgucken ist voll anstrengend das muss dann auch wieder ich machen weil ich kenne euch ja eben dass du was zu tun hast jetzt foto ist ja nicht so als ob ich hier die ganze zeit irgendwas zu tun habe ich habe los aber die folge ist auch rum bis zum nächsten mal